Mein kleiner Cousin möchte mit mir ins Kino, Planet der Affen. Hoffentlich wird das gut. Hä? Also, wieso macht ihr nicht einfach Familien treffen, Cousin? Dann könnt ihr euch das Kino sparen, für den Film. He 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 he. Amina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Xamina mina, sank Galeva. It's time for... Waka Yoshi. Guckt euch mal den Grill an. Also, das Ding ist, ich bin halt auch schon dumm, dass ich diesen Grill trotzdem weiterhin benutzt habe. Ne, wenn man sich den jetzt gleich anguckt, dann wird die denken... Also normalerweise ist das der Korb und der ist eigentlich komplett bis zu diesem, bis zu dieser Markierung, bis zum oberen Ende da drin, okay? Ich hab halt, das Ding ist, das Ding ist, erzeugt ja Wärme, die Heizspirale verformen sich mit der Zeit, ne, und das Ding ist jetzt zwei Jahre alt oder so. Und das Ding ist, hat sich so verformt, dass das hier immer so hoch geguckt hat, ne? Also, das Ding stand auf halb acht. Und, äh, das sind die Heizspirale jetzt. Die waren normalerweise komplett eben, auf dem Boden. Ich würde den für 2,49 wegballern, da unten. Gar nicht, mit der Wimper zuckern, ja, registrieren. Was, was, was soll ich denn sonst als Helm nehmen? Erkläre ich dir ein andermal, jetzt mach weiter, jetzt mach was weiter, jetzt wollen wir jetzt mal, wir wollen raus aus den Schulden. Jetzt deshalb bei dem letzten Klick einen so lohen Stack, weil es sich nicht lohnen würde, einen noch höheren Stack zu nehmen, den man dann verliert. Weil bei 40 von 40 verlierst du ja kein Stack mehr, weil es garantiert ist, da kannst du mit 0 Failstacks draufdrücken, das Ding geht hoch auf Ben. Und deswegen nimmt er jetzt einen 160er Stack, weil wenn es nicht hochgeht, schöner Failstack-Push, wenn es hochgeht, schade um den Stack, aber, Yannick, viel Glück. Aber wacke, 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 wacke. Können wir kurz darüber diskutieren, dass das kein lower Stack ist für Penn Blackstar, sondern das ein lower Stack für Penn Blackstar gewesen wäre, weil alle Idioten hier mit Hammer draufdrücken und den hinten. Bro, du hast den Beat-Drop gefickt gerade, du willst scheinbar nicht, dass er hochgeht. Ich hörte auch keinen Stream, nee, ich hörte auch keinen Stream. Du willst scheinbar gar nicht, dass er hochgeht, aber ist ja okay, drück hoch, hat er. Okay. Musst du dich muten. F. Yeah, auf dem Stack würde ich auch drücken, klar. Wenn er jetzt hochgeht, garantiert ist er Penn Blackstar. Gutluck. Okay. Heftig. Einfach. 40 von 40 Penn Blackstar-Clicks. 100% Chance. Kein Failstack wird verbraucht, wenn das Ding hochgeht. Gutluck. 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 F in the Chat. F in the Chat. Boah, Digga. Heftig, Digga. Video einfach casual geworden. Einfach casual. Wenn es Wakayashis schon in Pferden gibt, ne, finde ich sehr witzig. Sprechen. Huh? 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 Hehehehe. Er hat mich gefickt, 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 du, ich, er hat noch darauf reagiert, den Schwarzgeist, und ich reagiert auch, er hat mich genommen, oder, er schreibt auch noch, so mit Caps Lock, oh mein Gott, so, weißt du, so achterklicken, so, ich wurde gefeiert, weil ich voll bat, und Kibber hatte ohne Ende mit 14, ich würde als Mann gefeiert, meine Brees hatten mich, Abo, ich muss dich leider enttäuschen, die Leute hatten einfach nur Angst vor dem Kennegg, der aussah wie ein Werwolf, ich muss dich leider enttäuschen, die, die haben, die haben dich nicht gefeiert, die hatten einfach nur Angst, die hatten einfach nur Angst, dass er hier sie nachts im Bett besuchen kommt. Elixir, du komm? Meine auch. Du score? Ja, ist alles dann. Nein. Okay. Flamme. Alles auf. Ja, doch. Wirklich? Geht's erst? Wirklich? Geht's erst? What the boy? Geht's erst? Maschine? Bro, wir können aufhören zu griten heute. Geht rein rein hier, man. Shit. What the... Die daran interessiert werden, dann Embers zu bekommen, die können mich gerne im Discord mal privat anschreiben. Ja, das ist mein Discord, ihr dürft mich gerne privat anschreiben, ich werde dann nach dem Stream darauf reagieren. Und dann können wir vielleicht mal so gemeinsam einen Schlachtplan austüfteln. Ne? Ich denke mal aber, das wird dann halt wahrscheinlich, wenn ich eine Pocketschei habe, dass ich dann hier hingehe. Und wenn ich keine Pocketschei habe, ich dann einfach hier hingehe. Und wenn ich wieder eine Pocketschei habe, gehe ich wieder hier hin. Wenn ich keine Pocketschei habe, gehe ich wieder hier hin. Wenn ich keine Pocketschei habe, gehe ich wieder hier hin. Wenn ich keine Pocketschei habe, gehe ich hier hin. Habe ich eine Pocketschei, gehe ich hier hin. Habe ich keine Pocketschei, gehe ich wieder hier hin. Adjas, bitte geh an die Telefon, bitte geh an die Telefon, Adjas. wille 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 one trick du sonst one trick kann ich dich kann ich dich belästigen was mich die belästigen one trick hat das ist ein v mann der hilft mir nicht nein habe nur halbwissen vom sport das ist geil der will kann ich dich nerven kann ich dich belästigen wille 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 guckt jetzt guckt gleiche drin mit sechs minuten dann könnte ich falsch liegen ja ich frage mich woher ich das boah belosch liegt mal falsch oh mein gott leute 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 applaus bei belosch hat zugegeben dass er falsch liegt applaus leute für belosch als ob ich das vorher mal nicht zugegeben das ist der erste weg zur besserung als ob ich jetzt nur einer wäre der seine fehler nicht eingesteht denkt auch nicht dass die verkauft werden to be honest also geht ihr davon aus dass sie verkauft werden niemals sie sind immer auf max preis ich habe es getroppt oh mein gott ich habe es getroppt ich schreibe das in deiner anzeige mit rein ich schreibe das die anzeige mit rein ring piece 1 0 ich habe ring piece all uns gedacht mein zweites so einer sagen du bist nicht carry mit ring pieces man das ist genau mein content leute das ist genau das wofür ich bin ich angefangen habe er hat ein d gezogen ich will token nicht dass was ist fast richtig hat die gezogen die demo oder ding er hat die gezogen belosch hat die gezogen du dumm kopf ja wer denn sonst so einfach sein zweiter junge wotter fack mit zweiter die dumme sau du sagst auch wer 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 johann am all-autotech besser ist das hast du gesagt oder habe ich gesagt schon das glaube ich nicht genau aber ich bin ja ich habe mich auf gar muss gut aber jetzt kam patch bei gar muss und jetzt ist slightly schlechter als kann man so dankeschön dankjahr kann ich ja nichts für digger wenn gar was packt was soll ich machen ja aber weißt du wenn man sich mit diesen zahlen auskennt dann muss man doch schon so ein bisschen so 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 ein feeling dafür haben wir ja aber zum beispiel hast du ja auch das gleiche für krypt gesagt krypt ist all-autotech immer noch besser ja weil das war vorher mein mit meinem kopf war zweitpräsentale all-autotech und jetzt ist das ist nur noch nicht nur 6% besser ja einfach voll am stöhnt und belosch ignoriert und redet einfach weiter ist das nicht schwer